gegen wer heißt die nächste aufgabe und da muss man hierhin ach das sind die hier die himmels dinge ja ja ich bin an einem dieser flug dinge also lande ich drauf hier bist du da ich habe daten geschickt das dachte ich mir so das ist okay ja hey talon wie dir das an hm ist das oh oh das ist Radarmapping das ist cool siehst du wie das signal hier verstärkt wird weil der Regenwald zu dicht ist ja dürfte reichen hey das signal ist stark finder stärken um die Mondoberfläche zu durchdrehen genau ja ok da nehmen wir den hier das signal schwächer wird ok ich brauche mehr Pfeile oh schon gut ich sage bescheid es gibt zu viele davon sogar außerhalb des Regenwalds schalten wir so viele auf wie möglich so läuft das seht ihr wieder hacken hätten sie sich auch sparen können sowas und dann wieder abheben und dann wieder abheben ich bin zu nah dran ich sollte einfach stehen bleiben nein doch hat gereicht da hinten ist noch einer ja das Signal ist immer noch stark das ist nicht wirklich ein Problem oder es macht ja schließlich nichts Schlimmes es ist schlimmer als es aussieht ich muss es stoppen oh ok die Technik dahinter ist aber ziemlich cool aber ich verstehe das da ist es hier das hier und nochmal ja ja komm geh hoch jawoll das war es oder äh die letzte ja voll ja wahrscheinlich hier die werden sich wehren ist doch weiter wie ich gedacht hab es ist nicht da oh ok ich dachte jetzt dass es hier ist ok ich dachte jetzt dass es hier ist ich will nicht gegen die kämpfen ich will nicht gegen die kämpfen komm flieg ein bisschen schneller komm schon heute weiter leben morgen weiter kämpfen heute weiter leben morgen weiter kämpfen da unten ist es da unten ist es da unten ist es da unten ist es das eine kann sich meine die 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 Siehst du da unten? Da oben. Nicht mehr lang. Das ist ihr letzter Flug. Heute werden wir es beenden. Ihre Asche wird den Himmel verdunkeln. Ich werde sie ablenken. Okay, ist wieder das. Hm, die nehme ich mit. Ich fange mit dem Außen an. Mit dem hier. Das sind nämlich wieder ganz schön viele. Hm, die haben mich schon gesehen. Ganz toll. Ah, das war ja. Ja. Das war nicht gut. Komm schon, komm schon. Nein. Ja. Oh, Mann. Oh, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht gut, nicht gut. Das war ja. Haha, nicht gut. Ah, der eine ist jetzt ganz nah. Oh ja, das ist gut. Ey, die Schrotflinte ist super. Man muss zwar ein bisschen näher dran. Und tschüss. Das war doch hier irgendwo. Komm heil dich schneller, komm schon. Ja, die gibt's auch weg. Hier ist ein Hebel. Hier. Da unten ist oder da hinten ist einer. Hier komm ich hier wieder raus. Da ist einer. Den hole ich als letztes. Ich nehm den hier. Ja. Ja. Da unten ist voll vorbeigelaufen. Los. Dann ist da vorne noch einer. Ja. Das war doch hier irgendwo. Da. Da. Nein, das ist der andere. Da oben. Und. Da. Genau, der war da hinten. Ja. Ja. Ja, komm spring hoch. Los. Das war's, oder? Das war's. Das Signal ist immer noch stark. Finde den Sender. Ist vermutlich hoch oben. Überlad ihn. Das deaktiviert das Signal. Ja. Hoch oben. Mhm. Okay. Hier ist kein Seil mehr. Ich kann ihn rufen. Ich kann ihn rufen. nicht mit mir. Natürlich ist er auf der anderen Seite. Natürlich. Du landest auf der falschen Seite. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Doch Oh, nicht schon unterfallen Hier Ja, damit Gehst du da hin? Den Dreh stehen noch Da ist der Anfang Hier lang Ach, ich habe den Schlüssel vergessen Ja, ich habe den Schlüssel Ich muss den suchen Für was bist du da? Wir fliegen einfach hin Ist das die Spur? Ja Verloren Ja, schieß halt durch den Baum Da muss ich hin Nicht gut Wo bist du da? Komm noch ein Stück näher Komm noch ein Stück näher Perfekt Ach, verschmutzt Nein, habe ich nicht gesehen Da Das war der letzte jetzt Ja, ich glaube hier geht es Hier geht es weiter Ja, genau Das geht von da raus Hier geht es weiter Ja 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 Ich glaube hier Ruhig! Edoa! Edoa! Wach auf! Öffne die Augen! Komm schon! Da! Es hat geklappt! Siehst du? Die Blüten öffnen sich! Die Ginglor können wieder trinken! Bitte! Ich... Was kann ich denn tun? Im Heimatbaum Ich muss erst gut im Leben sein, bevor ich einen Ikran fliegen darf. Versammlungsraum... Wo war denn der? Feuerstelle... Ich glaub oben... Du solltest sein? Ja! Du solltest sein! Ja! Edoa ist verletzt! Versammle die Jäger! Wir fliegen sofort los! Edoa! Du hast Schuld! Es war dein Plan! Vater! Stopp! Stopp! Seht! Sie trinken wie deres Selbst! Was ist geschehen? Es waren die Himmelsmenschen mit ihren Flugmaschinen! Ihr seltsames Signal hat die Blüten verschlossen und die Ginglor aus ihren Nestern vertrieben! Nur der Sarentou hat mir geglaubt! Er hat es gefunden und zerstört! Allein! Ich wollte es euch sagen, damit ihr mit mir kommt! Doch der Sarentou hat unsere Heimat gerettet! genug! Edoa hat recht! Es herrscht Krieg! Und Ewa schreit vor Schmerzen! Doch wir werden ihr Flehen nicht länger ignorieren! Etua und ich kämpfen an deiner Seite und führen unseren Klan zusammen. Sie werden uns kein Leid mehr zufügen. Wir werden das Land und den Himmel von ihnen befreien für unsere Kinder und deren Kinder. Pandora wird frei sein! Was hab ich dir gesagt? Ich hab sofort an dich geglaubt. Ganz erwachsen. Bereit auch so auszusehen, Krieger des Volkes? Lasst alle Clans wissen, dass die Adana-He sich nicht vor dem Kampf scheuen. Abgeschlossen. Das war's dann auch mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.